Ich bin Sonja Maier. Seit gut 1,5 Jahren bin ich Teamleiterin. Ich habe eine Stellvertretung für Intralogistik und Lager. Meine Aufgabe ist, dass ich in meinem Bereich, vor allem in der Verpackung, für die Leute schauen, die Arbeit bestellen und Prioritäten setzen. Mein Tagesablauf ist nicht immer gleich. Es gibt viele verschiedene Sachen. Ich komme am Morgen früh, ich stelle die Maschine ein, schaue und stelle verschiedene Sachen, die an diesem Tag Priorität haben, um rauszugehen. Ich habe sehr viel Abwechslung. Es wird mir sicher nie langweilig. Mir ist sehr wichtig bei meiner Arbeit, dass die Kunden zufrieden sind. Vor allem auch mein Team, dass mein Team gerne arbeiten kann. Das sind sicher die zwei Prioritäten, die ich darauf schaue. Ich fühle mich sehr wohl. Das ist genau mein Arbeitstempo, das ich einsetzen kann. Ich kann mich voll integrieren. Ich habe auch gerade ein super Team, das sie sagen. Ein guter Zusammenhalt und das ist einfach auch die Motivation. Da kann man morgen gerne arbeiten, wenn alles rund läuft. Darum bin ich stolz auf mein Team. Ich versuche die immer noch ein whatever Hotel. Ich habe einen großen Erinneren, dass die Zeit zum Abi machen kann. Ich habe euch jetzt noch eine große reineütung. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020